So liebe Leute, wir fahren jetzt mal hier eine gerade Strecke. Viel Spaß beim Gucken. So liebe Leute, wir fahren jetzt mal hier. Okay. So liebe Leute, wir fahren jetzt mal hier. So liebe Leute, wir fahren jetzt mal hier. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr so viel zu tun habe. Das war's. Es ist ja ein Wald hier jetzt. Besser wird heute zwischen Sonne und Regen und Graubeschauer und Hagel. Okay. Vielen Dank. Das war jetzt ein kleiner Einblick an die Radtore. Ein Teilstück hier 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 an die Radtore.